Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Spektrum. Ich bin Mr. Enkypants und gemeinsam mit Heimatloser heiße ich zwei Mitglieder des Bundesvorstandes der neu gegründeten Partei Die Libertären willkommen. Hallo Julian, hallo Florian. Ja, grüß dich, grüß euch, danke, dass wir hier sein können. Ja, vielen Dank, dass ihr der Einladung nachgekommen seid. Möchtet ihr euch kurz vorstellen? Julian, beginn doch du. Nun frage ich einfach mal an. Mein Name ist Julian Schodarek, ich bin von Berufswegen Stadt- und Regionalplaner, arbeite in der Privatwirtschaft. Wahrscheinlich ist es interessant, wie man zum Libertarismus gekommen ist. Bei mir tatsächlich über Stefan Molyneux. Das war so mein erster Anlaufpunkt. Auch ein bisschen Oliver Janich. Ein bisschen, was man so nebenbei gehört hat. Ein bisschen was gelesen, ein bisschen viele Videos geguckt. Ja, und dann irgendwann hat mich mal irgendjemand angeschrieben, ich soll in die PDV kommen und dann da Mitglied werden und da mich einbringen. Hatte erst keine Lust gehabt, in eine Partei einzutreten, weil ich damals schon das Parteisystem eigentlich für nicht zielführend und unnützlich gehalten habe. Wurde dann aber gedrängt, sozusagen einzeln Trimitern da eingetreten. Man kam aber schnell auf die Idee oder auf den Gedanken, dass es doch besser wäre, etwas Eigenes zu machen, wo man die eigenen Visionen einbringen könnte. So bin ich dann auf Florian und Matthias getroffen. Wir drei waren dann sozusagen die, die das dann angetrieben haben, diese innere Reform bei der PDV und die sich dann irgendwann entschieden haben, nee, wir machen was Eigenes. Wir wollen was Eigenes aufmachen, was modern, mit einem vernünftigen Marketing, mit einem vernünftigen Auftritt, dass wir die libertäre Idee, die Idee der Freiheit wirklich effektiv verbreiten können. Und so haben wir uns dann entschieden, auszutreten und eine neue Partei zu gründen, die Libertären, über einen längeren Prozess. Und so sind wir dann hier gelandet. Ja, wunderbar, Julian. Hast ja schon alles zusammengefasst. Brauche ich ja fast gar nichts mehr zu sagen, außer, dass ich Florian Handwerker heiße, 35 Jahre bin, frischgebackener Familienvater und vom Berufs wegen Finanzanalyst bin bei einem großen IT-Konzern und der Geschäftsführer dieser neu gegründeten Partei bin und mich sehr darauf freue, den Libertarismus über diesen Weg zu verbreiten. Würdet ihr sagen, dass ihr Etatisten seid? Das wäre jetzt die Frage, die der typische NCAP stellen würde. Warum wollt ihr am Wettbewerb der Gauner teilnehmen? Ja, also ich würde mich klar als NCAP bezeichnen. Also ideeller NCAP und von den realistischen Zielen müssen wir natürlich erstmal kleinere Brötchen backen. Aber das Endziel im Endeffekt ist für mich auf jeden Fall eine Privatrechtsgesellschaft. Dem würde ich mich genauso anschließen. Also ich bin natürlich kein Etatist. Ich bin überzeugter Anhänger der Idee der Privatrechtsgesellschaft. Bei uns war es einfach nur die Erkenntnis, dass wir den Libertarismus möglichst effektiv, möglichst breit verbreiten wollen. Und der einzige Raum, wo der Libertarismus am schwächsten ist oder fast gar nicht vorhanden ist, ist sozusagen da, wo die Räuber sind, im öffentlichen Raum. Und deshalb haben wir uns entschieden, eine Partei zu gründen, weil die unserer Meinung nach noch einen gewissen Beitrag leistet zu der Idee des Libertarismus. Wir haben viele Organisationen, viele Gruppierungen und wir haben uns halt dafür entschieden, uns in die Höhle des Löwen zu begeben, sozusagen. Also ihr sagt, der aktivistische Weg ist für eure Meinung nach gut genug gefüllt durch die Marktradikalen oder andere Organisationen, sodass ihr sagt, gerade im Parteienspektrum seht ihr noch große Chancen, Leute abzuholen und entsprechend dann Libertar zu machen. Oder was ist so die Kernzielgruppe, die ihr da im Auge habt? Genau. Es ist halt unser Ziel und unsere Überlegung gewesen. Der Libertarismus bewegt sich ja im Moment noch in seiner eigenen Bubble. Und wir wollen diese Bubble endlich durchbrechen und dahin gehen, wo die Probleme der Menschen sind, die einfache Menschen, den Alltag der Menschen. Dort wollen wir den Libertarismus besetzen. Und dafür haben wir das Mittel der Partei gewählt, weil die Parteien, das Parteisystem hat noch ein gewisses, ich würde mal sagen, Geschmäckle, so eine gewisse Angst der Menschen, die dadurch aufkommt, oh, jetzt kommt jemand, der will mein Leben beeinflussen. Das wollen wir nicht, aber es ist erst mal das Gefühl. Und dieses, ein Verein zum Beispiel oder ein Institut, das weckt dieses Gefühl nicht. Da sagen die Leute, das ist ja da, ja, die reden so ein bisschen, aber das nützt mir ja nichts, tangiert mich ja nicht. Aber wenn da eine Partei gründest, das ist was anderes. Und über diesen Weg wollen wir das mit Marketing verbinden. Als Partei hast du zum Beispiel auch die Möglichkeit, bei Wahlen die Straßen mit Plakaten zu plakatieren. Und über diese Wege, die uns da öffnen, die wollen wir halt nutzen, um den Libertarismus bekannt zu machen. Nicht direkt so mit dem Ziel gewählt zu werden, sondern erst mal den Raum zu nutzen, um den Libertarismus zu besetzen mit Themen, mit Alltagsthemen der Menschen. Das heißt, sie auf dem Weg dann auch apolitischer zu machen? Oder so kann man es verstehen, denke ich. Also ich würde sagen, dass unser Ziel ist, der breiten Öffentlichkeit den Libertarismus auch bekannt zu machen. Und deswegen haben wir uns ja auch die Libertären genannt, um den Begriff zu besetzen und auch klarzumachen, dass der leider missbrauchte Begriff des Liberalismus neu besetzt werden muss. Und die, ich sage mal, die reine Lehre, wenn man so will, ja, an so viele Menschen wie möglich in Deutschland herangebracht werden soll. Und hier würde ich keine einzelne Zielgruppe hervorheben, sondern ich denke, hier gibt es sehr viele verschiedene Gruppen, die aus unterschiedlichen Richtungen heraus doch in dem eigenen Interesse für mehr Freiheit sein sollten. Und diese Punkte wollen wir hervorheben. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann würdet ihr sagen, der Schwerpunkt dieser parteipolitischen Aktivitäten, die ihr mit den Libertären verfolgen wollt, läge dann darauf, das Schiff Partei, sage ich mal, auf den Kurs zu bringen, Marketing für den Libertarismus und weniger eigentlich parlamentarische Arbeit. Also wenn ihr jetzt, wie sagt man, in zehn Jahren oder so gewählt werden würdet, in irgendein Landesparlament oder von mir aus auch irgendwelche kommunalen Stadträte oder sowas, wäre das was für euch? Würdet ihr da mitmachen? Würdet ihr euch daran beteiligen? Also die Partei bietet ja die Möglichkeit, gewählt zu werden. Und wenn es diese Nachfrage gibt, sage ich mal, dann würden sich sicher bei uns auch Leute finden, die das machen würden wollen. Es ist aber ganz klar, das haben wir in unseren Satzungen geschrieben, das haben wir in verschiedenen Strukturen, das haben wir in unserem Grundsatzprogramm geschrieben, dass es nicht unser Ziel ist, Politik zu machen, sondern unser Ziel ist es, die Politik zu verringern, den Staat zu verringern, die Selbstbestimmung der Menschen zu vergrößern. Wir sind da sehr konsequent dran. Wir versuchen da noch einige Strukturen einzuziehen, dass das auch gesichert wird, dass das so bleibt. Wir haben zum Beispiel in die Satzung reingeschrieben, dass wir jede Art von Parteifinanzierung, jede Art von Diät ablehnen. Wir wollen nicht Teil des Systems sein. Wir wollen aber das System für unsere Zwecke nutzen. Das heißt, wenn jemand im Namen der Libertären ein Abmandat bekleiden möchte, dann muss er das entweder auf eigene Kosten machen oder über die Kosten der Partei, also über die freiwilligen Spenden, die wir eingenommen haben. Aber es ist ihm absolut untersagt, es ist auch dem Vorstand untersagt, Parteifinanzierung anzunehmen. So wollen wir sozusagen den Menschen zeigen, dass wir als Partei nicht Teil dieses Systems sein wollen, sondern wir nutzen es nur. Ja, und hierbei werden wir natürlich auch politische Ämter anstreben, aber zu dem Zwecke immer in Richtung Freiheit, ja, unseren, also immer in Richtung Freiheit uns einzusetzen und alles, was in Richtung Unfreiheit geht, uns dagegen zu stellen. Und das kann dann auch später in regionalen und überregionalen Bereichen auch anders aussehen. Aber das ist unser Ziel, was Besetzung von politischen Ämtern betrifft. Ansonsten würde ich sagen, steht, ist ein großer Teil unserer Aufgabe die Verbreitung des Libertarismus und dafür die Partei zu nutzen, um den, die libertäre Bewegung als Ganzes in Deutschland, ja, im politischen Spektrum zu repräsentieren. Und es kann natürlich, wo wir auch sehr viel Wert darauf legen sind, dass Gruppierungen wie die Marktradikale und andere uns natürlich kritisieren. Das ist, wir haben einen Beirat geschaffen als Institution, der ist mehr für, der ist für alles Externe sozusagen für einen externen Input gedacht. Das ist im Prinzip kein Gremium, das ist im Prinzip nur eine Kontaktliste, wo wir verschiedene Austausche pflegen werden, um unsere Programme zu entwickeln. Aber dieses, diese Struktur kann auch genutzt werden, um Kritik an uns zu üben. Also wir als Libertäre, wir sind größtenteils in der Partei Endcaps, würde man sagen so 50 Prozent. Andere sind so konservativ Minimalstaatler. Wir haben uns aber auch schon darauf geeignet, dass der Grundkonzept zusammenhalten soll, nicht die persönlichen Präferenzen, sondern wirklich der Grundkonzept des Nicht-Aggressionsprinzips. Das wollen wir, das ist das, was die Partei zusammenhalten soll. Und wenn wir dann tatsächlich politische Ämter bekleiden sollten, sollte es mal dazu kommen, dann werden wir natürlich versuchen, libertäre Organisationsformen, zum Beispiel die Privatisierung von Straßen, die Privatisierung von öffentlichen Räumen und so, zumindest in die Debatte reinzubringen. Also würdet ihr euch anleihen nehmen an dem politischen Aktivismus von, ich sag mal, Ron oder Rand Paul, die ja auch in Anführungszeichen diesen US-Libertarismus, der da schon ich sag mal, mehr parteigebunden ist als in Deutschland. Nehmt ihr euch daran anleihen? Oder wie kann man sich das praktisch vorstellen? Julian, bitte. Okay. Naja, die amerikanische, das ist, die amerikanische Gesellschaft tickt ja etwas anders als die deutsche Gesellschaft. Die amerikanische Gesellschaft ist ja schon ein Stück weit liberal. Da funktioniert ja vieles auch fast schon von sich aus. Wenn man argumentiert, in Deutschland müssen wir ja, sagen wir mal, mehr vom Urschleim anfangen zu erklären, was individuelle Freiheit eigentlich bedeutet. Ich kenne mich nicht so genau mit der Innenpolitik der der Libertarian Party aus. Wir haben uns natürlich bei unserer Gründung an ihnen orientiert. Unser Grundsatzprogramm baute zuerst auf ihren Grundsatzprogramm aus. Wir nahmen das als Grundlage und haben es dann weiterentwickelt, wo wir sogar glauben, dass unser Programm oder unsere Grundsatzaklärung mittlerweile sogar libertärer ist als das Programm der Libertarian Party, weil wir viele Sachen, vor allem was den Staat angeht, diesen republikanischen Gedanken haben wir nicht drinnen. Wir haben es tunlichst vermieden, irgendwo in dem Grundsatzprogramm den Staat zu legitimieren, sondern wir argumentieren überall für individuelle Freiheit, für freiwillige Kooperationen, für Vertragsfreiheit, für freie Marktwirtschaft und sagen, wo wir dann geschrieben haben, öffentliche Dienste kann es geben, natürlich, aber sie dürfen halt nicht auf dem Mittel der Gewalt und des Zwangs beruhen. Und da denke ich, dass wir, das ist auch mein persönlicher Anspruch, dass wir nicht andere libertäre Parteien kopieren, sondern etwas, wenn wir das mal so sagen wollen, etwas Deutsches kreieren, etwas, was für uns einzigartig ist. Und mein persönlicher Anspruch ist es sogar noch ein Stück libertärer zu sein als die Libertarian Party, konsequenter zu sein, prinzipientreuer zu sein, wo wir auch sehr viele Leute haben, die wirklich dahinterher sind, das zu schärfen, bis es nicht mehr geht. Genau, also ich würde auch sagen, dass bei den Amerikanern die Libertarian Party eher auf den Minarchismus ausgerichtet ist und wir uns bewusst so positionieren, dass wir sowohl Endcamps als auch Minarchisten ansprechen und als Maximalziel im Endeffekt eine Privatrechtsgesellschaft zustande bringen wollen. Ich glaube, das unterscheidet uns auch nochmal von den Libertarians. Ja, wobei das natürlich immer die Frage ist, wer gerade bei der Libertarian Party auch das Sagen hat. Jetzt gerade mit der Änderung oder mit dem Umsturz, wenn man so will, dort vor Ort des Mises-Korges hat sich ja doch da einiges gewendet. Vorher waren es halt Progressive, die da sogar mit Rassismus und all diesen Themen eben schon auf den Vogue-Train aufgesprungen waren. Und ja, dadurch hat sich ja auch ein bisschen was verändert. Wie ist denn so dieser gesamte Prozess abgelaufen? Man kennt das jetzt so in Nuancen zumindest, wie die Parteienakzeptanz eben läuft oder dieser Prozess zur Parteienakzeptanz. Ihr müsst euch dort doch eigentlich dem, wenn ich das richtig sehe, auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen, also das Grundgesetz anerkennen. Ist das richtig? Ja, da würde ich sagen, das ist richtig. Und wir müssen uns natürlich auch auf demokratische Wahlen berufen und diese auch innerhalb der Partei laut Parteiengesetz zulassen. Und das machen wir auch. Dementsprechend halten wir uns hier an die Regeln, soweit wir daran gebunden sind. Und dort, wo wir Freiräume haben, dort nutzen wir sie auch. Genau. Wir haben versucht, die Partei so unternehmerisch intern aufzubauen wie möglich. Mit einem effektiven Vorstand, mit flachen Hierarchien, mit viel Autonomie auf den einzelnen Ressorts. Wenn wir mehr finanzielle Mittel haben, werden die einzelnen Ressorts auch einen eigenen Haushalt kriegen, einen kleinen Haushalt, über den sie selbst verfügen können, um das Tagesgeschäft selbst anzustimmen. Also sowas ist uns schon wichtig, dass die Struktur intern effektiv funktioniert. Wir haben aber natürlich viele Sachen, die wir wollten, nicht durchbekommen, weil es einfach das Parteigesetz in Deutschland untersagt. Also zum Beispiel, dass man Stimmrechte klassifiziert. Das ist absolut verboten in Deutschland. Wir wollten damit sichergehen, dass sozusagen die Partei nicht unterwandert wird. Deshalb wollten wir so Stimmrechte so wenig vergeben wie möglich. Das konterkariert aber diesen demokratischen Gedanken etwas, weil die Mitglieder der Partei sollen ja mitbestimmt haben, was sie ja können bei uns. Jedes Mitglied, wir haben die Unterscheidung zwischen Vollmitglied und Fördermitglied und die Fördermitglieder können voll mitarbeiten, können Arbeitsgruppen mitarbeiten, können Arbeitsgruppen leiten und so weiter. Aber wir wollten halt dafür sorgen, dass vergebene Stimmrechte nicht, sagen wir mal, zu viele Abstimmungsprozesse die Effektivität der Partei stören, weil zu viele Meinungen reinkommen, zu viele persönliche Präferenzen. Sondern wir wollten, dass die Leute, die Stimmrechte haben, wirklich schon an sich leitende Funktionen bekleiden und dann in der Materie schon drin sind. Und das haben wir einigermaßen geschafft. Natürlich in dem, was wir es wollten. Es gibt sehr viele Regeln in Deutschland, an die man sich halten muss. Aber ich würde behaupten, dass wir als Libertäre, auch wenn wir die Demokratie halt als, sagen wir mal, Form der Diktatur oder Form der Gewaltausübung durch Mehrheit ablehnen oder zumindest kritisch sehen, muss man dann doch gewisse Zusprüche machen. Und wir als Libertäre sind ja jetzt, wir lehnen ja die Demokratie nicht ab, weil wir eine Gewalt ausüben wollen, sondern wir lehnen einfach die Demokratie ab, weil wir davon überzeugt sind, dass eine unternehmerische Struktur mit, Verantwortungsstrukturen mit, wo diejenigen, die entscheiden, Verantwortung tragen und ein Shareholder sozusagen sind, und das System präferieren wir ja und deshalb sehen wir die Demokratie kritisch. Und genau das System haben wir versucht einzuziehen in die Partei. Dass es nachher Abstimmungen, Abstimmungen sind von Leuten, die wirklich einen Anteil haben an dem, worüber sie abstimmen. Ja, und das unterscheidet auch die Partei vom Verein in Deutschland. Im Verein ist man deutlich flexibler in der Gestaltung des Stimmrechts und in der Partei muss es auf jeden Fall auf ganze gleichwertige demokratische Stimmen gehen. Und so haben wir das entsprechend auch dann angenommen und entsprechend auf die zwei Mitgliedsarten aufgeteilt. Und von der Gründung her, von der Gründung selbst, benötigt man in Deutschland sieben Gründungsmitglieder für die Gründung eines Vereins und drei für die Gründung einer Partei. Wir haben beides zur selben Zeit gegründet und haben dafür eine Gründungsveranstaltung gehabt, wo wir entsprechend unsere Satzung festgelegt haben und unsere Ordnungen. Und nachdem diese angenommen wurden und protokolliert wurden, haben wir diese Dokumente an den Bundeswahlleiter geschickt. Diese hatte die dann geprüft und nachdem es dann einige Male hin und her ging, wurde diese Satzung dann so akzeptiert und daraufhin wurden wir in die Sammlung der politischen Organisationen des Bundeswahlleiters aufgenommen zum 1.10. dieses Jahres. Okay, ihr habt das eben, oder Julian hat das eben angesprochen mit der Unterwanderung. Ich glaube, das ist ein spannender Aspekt, den man reinbringen muss, weil wer schon was älter ist, ich glaube, wir sind alle mindestens 30 hier im Raum, dass beispielsweise die Piraten ein Schicksal erlebt haben, die waren schon immer links, aber das, was denen passiert ist, rein auf das Digitale gemünzt, sie mussten eben Positionen zu vielem bekleiden und dann haben sich Linke Busse bestellt und sind mit Bussen da angekarrt, haben die Partei im Grunde genommen von jetzt auf gleich umgestülpt. Wie wollt ihr das vermeiden? Also wie wollt ihr die Übernahme eurer Partei durch Linke, eine Zersetzung der Partei, gerade hinsichtlich der Vokabel Libertär, gibt es ja doch einige Sozialisten oder Kommunisten, die da sehr empfindlich reagieren. Wie wollt ihr da gegen angehen oder wie wollt ihr das aufhalten? Wir haben, wie gesagt, diese zwei Strukturen, Fördermitglied und Vollmitglied. Vorher hatten wir es, um den Kern der Partei zusammenzukriegen, haben wir die Fördermitglieder noch persönlich ausgewählt. Das heißt, wir haben mit jedem ein Interview geführt, wir als Vorstand. Matthias hat zum Beispiel verschiedene Methoden entwickelt, wie man dadurch nicht so offensichtliche Methoden rausfinden kann, auf jemanden, auf jemanden, der denken kann, mit so einem Gedankenspiel, hat sehr gut funktioniert. Mittlerweile können wir das nicht mehr mit den Fördermitgliedern machen, weil das einfach zu viel wird irgendwann. Das machen wir so, indem wir ein Ressort für Recruiting haben, für Rekruisierung. Das macht im Moment der Mirko bei uns, wenn ich richtig sehe. Und ihn haben wir halt speziell geschult und wir schulen ihn auch noch weiter dafür, dass er mit diesen Leuten, mit denen, die sich bewerben, bei uns wird niemand automatisch Mitglied, nur weil er einen Brief schreibt und wird dann nicht gleich Mitglied. Jeder, der Mitglied wird, wird erst mal mit dem Mirko in einem Interview und einem Telefongespräch geführt. Und dort klopft er schon ab, wie derjenige tickt. Wir haben die Fördermitgliedschaft etwas aufgeweicht, weil wir sagen, es sollen auch Menschen bei uns Fördermitglied werden können, die, sagen wir mal, noch nicht voll ins Libertär sind, die auch mal darin arbeiten wollen, mit Leuten reden wollen, da mitarbeiten wollen. Dann gibt es die Vollmitgliedschaft. Das ist sozusagen die nächste Stufe. Das ist die Stufe, wo wirklich Stimmrechte dran gebunden sind. Die Fördermitgliedschaft hat keine Stimmrechte, die Vollmitglieder haben Stimmrechte. Und die Vollmitgliedschaft kann nur auf Antrag erreicht werden und auch nur, wenn der Vorstand diesen Antrag individuell zustimmt. Wenn der Vorstand nicht zustimmt, ist es nicht möglich, Vollmitglied zu werden. Und so wählen wir uns dann die Leute aus, die Stimmrecht bekommen in der Partei. Das wirkt natürlich auch im ersten Moment erstmal nicht demokratisch, weil der Vorstand entscheiden kann, wer dieses Stimmrecht regt. Aber das ist mit dem Parteigesetz vollkommen legitim und abgedeckt, dass der Vorstand entscheiden kann, wer die Mitgliedschaft erhält. Und so wollen wir halt gucken, dass die Leute, die nachher die Vollmitgliedschaft kriegen, stärkere Bekenntnis zu unserem Grundsatzprogramm haben. Das ist uns wichtig, steht auch in der Satzung drin, dass die Vollmitglieder das Grundsatzprogramm anerkennen müssen. Bevor man Vollmitglied wird, muss man auch als Fördermitglied auch mal tätig gewesen sein, gearbeitet haben. Da können wir die Leute beobachten, gucken, sind das wirklich Libertäre, die sich einbringen. Den Zeitraum haben wir nicht definiert. Wir sagen so zwischen 300, 600, e nachdem. Und dann sehen wir, ob das ein U-Boot ist oder ein Libertärer, der wirklich mitarbeiten muss. Jetzt haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, bis jetzt haben wir Leute, die wirklich Libertär sind und mitarbeiten wollen. Und wenn die dann wirklich eine leitende Funktion haben möchten, die mit Stimmrecht verbunden ist, dann geht das nur über den persönlichen Kontakt mit dem Vorstand und das entscheiden wir dann, ob diese Person dieses Stimmrecht kriegt. Natürlich können wir dieses Stimmrecht dann auch wieder entziehen. Das ist natürlich, das legt eine gewisse Macht in den Vorstand und hängt sehr viel von dem Vorstand ab, das ist klar. Aber das ist zum Beispiel eine Methode, die wir installiert haben, wo wir verhindern wollen, dass die Leute sozusagen, dass sie sozusagen Bonbons mit Stimmrechten verteilen und dann einfach eine Gruppe rein stürmt, ihre Stimmenmehrheit hat und dann einfach gegen die Satzung stürmt und sie dann abschrafft. Okay, also ihr meint, dass dadurch, dass ihr höhere Hürden legt, wie beispielsweise im Falle der Piraten, das eben damals so war, erreicht ihr schon mal zumindest, ja, also es ist ein höheres Investment nötig, um überhaupt erst in dieses Privileg zu kommen, wenn man so will, dann eben Stimmrecht zu haben. Investment ist auch noch der richtige Punkt. Die Fördermitgliedschaft hat einen freien Mitgliedspreis, der fängt bei 5 Euro an, ich weiß gerade nicht, wo das Ende ist, also das kann man sich frei mitwählen. Die Vollmitgliedschaft hat einen wesentlich höheren Preis, einen wesentlich höheren Beitrag und da ist nochmal eine zusätzliche finanzielle Hürde drin, sozusagen für das Geld, das spielt auch direkt in die Kasse rein, aber für diesen höheren Beitrag ist auch mehr Verantwortung mit verbunden, leitende Funktionen und so weiter. So und wir wollten, wir haben von Anfang an gesagt, wenn wir diese Partei gründen, wollen wir einen kleinen Kern von Menschen haben, die sozusagen die Administration der ganzen Organisationen, die das Stimmrecht haben, die auch wirklich eingeschworen sind, also die wirklich sich der Satzung und dem Grundsatzprogramm verpflichtet haben und die größere Masse der Mitglieder, die Fördermitglieder und auch Spender, wenn sie wollen, haben halt kein Stimmrecht, können aber voll mitarbeiten und so verhindern wir halt, dass die Partei, andere Parteien machen es halt so, sie haben nur eine Mitgliedschaft oder haben vielleicht zwei, man geht von der Fördermitgliedschaft automatisch nach einem Jahr in die Vollwertschicht, weil die die Masse haben wollen. Wir wollen nicht Masse haben, wir wollen Klasse haben. Du sprachst gerade oder vorhin von dem Ausstoßen von Mitgliedern, also ihr könnt ihnen das Stimmrecht entziehen, jetzt kennen wir ja auch Fälle wie Sarrazin, Wagenknecht und Co., wo immer wieder versucht wird, sie aus den Parteien zu werfen, aber die Parteien kläglich gescheitert sind. Inwiefern habt ihr da mehr Handhabe? Solange er ja nicht grob fahrlässig, also die Person nicht grob fahrlässig gegen die Satzung handelt, habt ihr ja nicht viel Handhabe, eine Person wieder auszuschließen. Ja, also ich muss noch ergänzen, also nicht der Vorstand kann dafür sorgen, dass ein Mitglied seine Mitgliedschaft verliert, sondern das läuft über das Schiedsgericht. Dieses Schiedsgericht ist auch mit Vollmitgliedern besetzt. Und das kann entsprechend festlegen, wenn ein Mitglied grob gegen unsere Grundsätze verstößt, also im Endeffekt stark etatistische Züge zeigt und diese dann auch weiter vorantreibt oder auch sozialistische Züge, dann reicht das eigentlich schon als Begründung aus. Und ich denke, es ist recht einfach, als Libertärer jemanden zu identifizieren, der hier über die Stränge geht. Wenn er sich plump anstellt, ja, würde ich zustimmen. Ich würde da, das ist der größte Reibungspunkt an der ganzen Geschichte für mich, dadurch, dass solche Strukturen immer gekapert wurden und das sehr erfolgreich, weil eben Mittel da sind, sie gefüttert werden durch Demokratie leben und ähnliche Projekte mit Milliarden zugeschüttet werden. Dass die einen sehr langen Atem haben und tatsächlich auch teilweise die Fähigkeit besitzen, Strukturen auszuhöhlen. Und ich meine, das haben wir mit dem Marsch durch die Institution gesehen. Dementsprechend, ja, ist das heikel, meiner Meinung nach. Gerade dann, wenn er als Partei unter dem Brand die Libertären, den Libertarismus bekannter macht, ist man natürlich sehr anfällig dafür, das Label auch zu ruinieren. Ja, da hast du recht. Da haben wir eine besondere Verantwortung, der wir uns auch bewusst sind. Deswegen müssen wir auch kulturelle Vorstellungen von unseren Prinzipien trennen, damit wir wirklich auch nur die reine libertäre Lehre im Endeffekt vor uns hertragen. Und auch wenn hier zu stark abgewichen wird, müssen wir dann unsere Mitglieder entsprechend wieder in ihre Grenzen weisen. Denn das würde natürlich nicht nur unserer Partei im Ansehen schaden, sondern ja auch der Libertärenbewegung an sich. Ja, und wir hatten ja Hanky Benz auch schon mal ein Gespräch darüber gehabt, dass wir die Dezentralität der Bewegung leben. Das heißt, die Libertären sind für sich eine Organisation, die Marktradikalen sind für sich eine Organisation. Und wir versuchen, sagen wir mal, dieses Spektrum durchaus zu würdigen und darzustellen, zu sagen, wir sind jetzt nicht als die Libertären sozusagen der alleinige Repräsentant der ganzen Bewegung, sondern wir sind eines Spielartigen Nutzens. Und wenn wir scheitern, dann weiß klar, die Masse denkt dann, das ist jetzt der Libertarismus, so drückt er sich aus. Ich bin immer ehrlich damit, zu sagen, dass wir nur ein Teil des Libertarismus sind. Wir repräsentieren auch nicht alle Endcaps, weil die meisten Endcaps sind, denke ich mal, Gegner des Parteisystems. Bin ich ja selber. Ja, zumeist Nichtwähler. Da gehöre ich ja mit dazu. Entsprechend. Nein, ich meine halt klar, man hat diese Verantwortung generell so ein Stück weit, wenn man diese Ideen rausträgt, dass gerade das, was Florian sagte, fand ich gut, dass man eben die Wertebene weglässt, dass das Fundament zeigt und sichtbar macht. Denn auf Basis dessen und das eingehalten, ist eigentlich jede Form von Leben möglich, ob jetzt konservativ oder progressiv, solange es eben daran orientiert ist, dass man das in Einigung mit Menschen tut. Und ja, aber trotz alledem, klar, ihr arbeitet jetzt natürlich sehr offensiv mit diesem Label und ja, ich glaube nach wie vor, dass das für Sozialisten eben ein ultimativer Trigger ist. Ja, da haben wir es mit dem Label die Marktradikalen leichter. Der ist dann höchstens Trigger, weil sie den Markt verachten. Bei euch ist es aber tatsächlich ja eher der Faktor, dass sie sagen, ihr seid keine echten oder wir wären keine echten Libertären, weil wir sind ja keine Sozialisten. Und dadurch provozieren, das passiert ihr natürlich nochmal auf einer anderen Ebene, so wie wir das ja teilweise auch mit der damaligen MLPD gemacht haben, ja, die Kommunisten verächtlich zu machen, ja, mit der Geschichte. Ja, wobei man sagen muss, soweit ich das mitgekriegt habe, na gut, es gibt eine Gruppierung, die nennt sich tatsächlich Libertäre und die sind Kommunisten, aber soweit ich das mitgekriegt habe und auch auf Twitter erlebt habe, lehnen die meisten Linken den Begriff Libertär ab. Also das ist für sie schon besetzt mit Kapitalismus. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da andere Erfahrungen gemacht, aber soweit ich den Begriff Libertär gegenüber Linken ins Spiel bringe, wird sofort gesagt, das sind Raubtierkapitalisten, die sind gegen die Menschen irgendwie sowas. Ja, und auch wenn es von der linken Seite her historische Wurzeln gibt, so hat sich der Libertarismus jetzt inzwischen ja doch als klassischer Liberalismus durchgesetzt und als solchen wollen wir ihn auch nochmal besetzen und diese widersprüchlichen linken Libertäre dann entsprechend auch auffliegen lassen in ihrer Widersprüchlichkeit. Ich glaube, da sind sich die Linken im Moment aber auch nicht so hundertprozentig einig. Also man hat auf der einen Seite diese, ich sag mal, Neomarxisten, die eher in der Frankfurter Tradition stehen, also von der Frankfurter Schule, die jetzt versuchen, den Libertarismus als autoritäre Spielart zu diffamieren. Da ist jetzt auch dieses Buch erschienen, wie heißt es, ja, Libertärer Autoritarismus oder so ähnlich. Und das ist diese eine Schiene und die andere Schiene ist die, die Mr. Henke Pants gerade eben skizziert hatte. Das ist diese nostalgische, rückwärtsblickende, eher oldschool, marxistische Szene innerhalb der Linken, die dann tatsächlich auf diese französischen Anfänge vom Sozialismus und auch zum Teil zum Anarchismus rüberblicken und daraus dann eben stricken, dass dieser Begriff gestohlen wurde, enteignet wurde von den Libertären, die in Wirklichkeit ja eigentlich sich hier einen linken Begriff zu eigen machen. Ich weiß aber nicht, wie groß das Risiko tatsächlich ist von dieser Seite, weil da doch die, ich denke, die Konfliktlinien relativ klar gezogen sind. Wie groß das Risiko ist, dass von denen tatsächlich ausgeht, jetzt über dem normalen Pensum? Ich glaube tatsächlich, dass dieses Unterwanderungsthema auf der einen Seite problematisch ist, auch wenn ihr da entsprechende Mechanismen jetzt vorgesehen habt, die das Ganze verhindern sollen, können, müssen, dürfen. Ihr habt aber, glaube ich, auch das Problem, dass ihr jetzt am Wettbewerb der Gauner teilnehmen werdet, teilnehmen müsst auch und dadurch auch diesen, ich sage mal, diesen Gezeitenkräften ausgesetzt seid, die so an den Menschen zerren, die im politischen Betrieb stehen. Also ein Individuum, was diesem politischen Wettbewerb ausgesetzt ist, das kann ja durchaus auch Verhaltensweisen dann entwickeln oder Normen ändern, Werte ändern, die das Individuum persönlich mit sich trägt, um irgendwelche Zeitgeistanforderungen zum Beispiel zu erfüllen. Parteien sind ja auch nicht starr, also die CDU, die hat ja, die wurde ja anders gegründet, als sie dann unter Merkel wurde, das Gleiche mit der FDP, das ist ja immer sehr, sehr, sehr zeitgeistabhängig. Habt ihr da was, was das Ganze verhindern soll, dass also Leute, die länger für euch aktiv sind, diesen Versuchungen erliegen, sage ich mal, sich von Prinzipien zu verabschieden, ohne dass man da direkt in den Parteiausschluss geht? Habt ihr da irgendwie sowas vorgesehen, nur so als Beispiel, sowas wie eine Rotation von Ämtern oder Funktionen innerhalb der Partei, damit Leute nicht zu lange an einer Stelle sind und sich da nicht zu sehr festsetzen? Also das haben wir jetzt noch nicht konkret festgehalten. Das sind in der Tat Gedanken, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, aber ich sage, die direkte Reaktion darauf, die mir jetzt einfallen würde, ist natürlich, dass diese Person nicht unabhängig oder andersrum, ja doch, so quasi nicht über den Steuerzahler finanziert wird, sondern über unsere Partei direkt und dementsprechend können wir dieser Person schnell den Geldhahn zudrehen und somit auf jeden Fall einen großen Einfluss auf die Personen, die auch wirklich dann im Parlament sind. Ich sehe das Ganze ein bisschen, wie soll ich es mich ausdrücken, die Libertären sagen ja, das ist ja auch unser Slogan und das ist auch der Slogan der Libertarian Party, dass wir Prinzipien treu sind, Prinzipien leben wollen. Party of Principles heißt es in den USA. Ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist, aber wenn wir, unsere hehre Moral müssen wir irgendwann auch am Bösen testen. Meine persönliche Überzeugung ist, dass der Libertarismus nicht ständig weglaufen darf vor dem Herrschaftssystem, sondern sich ihm entgegenstellen muss und dann muss er in diesem Entgegenstellen seine Prinzipien dahingehend überprüfen, ob sie diesen Versuchungen eben standhalten können. Das ist völlig richtig, was ihr sagt, das macht korrumpiert. Das ist nicht erst seit gestern bekannt. Das ist auch eine Sorge, die mich umtreibt und ich denke mal auf Florian und Matthias bei uns im Vorstand, wie wir das verhindern können. Wir sind ja als Partei erst seit einem Jahr sozusagen existent. Wir haben viele Sachen, die wir noch ausprobieren, wo wir uns eine kleine Aktennotiz gemacht haben. Hier muss noch eine neue Struktur reingezogen werden. Hier, Achtung, könnte noch zu offen sein. Wir sind auch in einem Evolutionsprozess. Wir testen uns aus, wir gucken, wie können wir unsere Prinzipien umsetzen, wie verhindern wir Unterwandlung, wie verhindern wir Korrumpierung. Da kann natürlich die Marktradikale und andere Gruppierungen uns natürlich auch heftige Kritik liefern oder Hinweise, Lösungen anbieten und so weiter. Das funktioniert. Also wir sind gerne für den Austausch bereit. Es ist nicht so, dass wir isoliert sind. Ja, wie Florian auch gesagt hat, das ist noch kein fertiger Prozess, aber wir sind aus dieser Sachen durchaus bewusst, dass die sind. Also wie gesagt, wir sind dann in der Höhle des Löwen bei den Räubern und wir müssen uns als Libertäre die Fackel der Freiheit in der Hand halten, das Licht gegen die Dunkelheit. Sozusagen müssen wir beweisen, dass unsere Prinzipien eben nicht korrumpierbar sind. Das ist ein gewisser Anspruch. Ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ich denke, das ist, was die Menschen vielleicht dann aufhorchen, aufschauen lässt, wenn sie sehen, da sind welche, die sind nicht korrumpierbar. Das ist natürlich ein bisschen utopisch, aber das wäre schön, wenn wir da mal hinkommen könnten, dass es dieses Bild gibt. Nun, es ließe sich sicherlich über die Vollmitgliedschaft so ein bisschen regeln. Ich meine, ihr habt ja ein bisschen Informationen über die Leute, die dann Anwärter wären hinsichtlich ihrer sozialen Stellung im privaten Leben schon mal zu schauen. Wenn da jetzt ein Arbeitsloser kommt, ja, der ist natürlich deutlich empfänglicher wie jemand, der, also rein finanziell natürlich, als jemand, der voll im Berufsleben steht, vielleicht doch Karriere macht oder so, dann ist das ja deutlich einfacher, zumindest schon mal darüber zu steuern. Und die Grundlage dafür könnt ihr euch ja, glaube ich, selbst legen. Also, ihr könnt schon eure Kriterien festlegen, die müsst ihr ja nicht offenlegen, oder? Hinsichtlich der Vollmitgliedschaft. Richtig, die Kriterien können wir selbst festlegen. Wir hatten auch tatsächlich schon so einen Fall, wo wir den Verdacht hatten, dass die Person den Libertarismus sozusagen nur vorschiebt für gewisse, sagen wir mal, persönliche Probleme, um sich da hochzuspielen, sozusagen. Das haben wir auch relativ schnell erkannt, dass das der Fall ist und dann die Mitgliedschaft abgelehnt. Ich bin sehr dahinter her, dass wir noch andere formale Mittel finden, da gibt es ja durchaus welche aus dem Recruiting-Prozess, wie man eine Person wirklich abklopft und herauszufinden, ob er die Wahrheit sagt, wie er psychologisch tickt oder ob das halt so ein Geisterfahrer ist, der nur sich profilieren will und dann beim ersten Windstoß Umfeld. Habt ihr ansonsten Faltstricke, die ihr vielleicht mal mit uns teilen wollt, wo ihr sagt, das waren so Sachen, da habt ihr euch die Zähne dran ausgewissen im Gründungsprozess? Also die eine Sache, die im Gründungsprozess anstrengend war, war die Überarbeitung der Satzung, da diese jedes Mal eine erneute Abstimmung, und zwar geheime Abstimmung, der Vollmitglieder zufolge hat, und wir hatten das Glück, dass wir das in Anführungszeichen noch in Corona-Zeiten gemacht haben, dort konnten wir das dann über Briefwahl lösen, ansonsten wäre das nur mit tatsächlichem physischen Zusammentreten möglich gewesen, und das hätte die Sache nochmal verlangsamt. Das war jetzt einer der Hürden, die wir nehmen mussten, und was auch immer wieder gedauert hat, bis entsprechend dann der Bundeswahlleiter auch die überarbeitete Satzung geprüft hatte. So aus administrativer Sicht ist der Punkt. Was mich interessiert hinsichtlich eures Parteiprogramms oder das, was ihr als eure Prinzipien ausweist, warum habt ihr kein Sessionsrecht? Da steht meiner Meinung nach drin. Ein bisschen versteckt, versteckt ist es eigentlich nicht, oder? Also wir haben uns in der Formulierung so gehalten, wie gesagt, dass sich sowohl Männarchisten als auch NCAPs beheimatet fühlen, und ein Sezessionsrecht lässt sich von unseren Prinzipien ohne weiteres ableiten, und ich sage einmal, das ist auch ein realistisches Ziel in Deutschland, vielleicht auf eine Sonderwirtschaftszone hinzuarbeiten, und damit eine Art Sezession in rechtlicher Hinsicht ja dann auch zu ermöglichen. Denn ich denke nicht, dass Deutschland sich in den, oder dass alle deutschen Bürger oder ein Großteil der deutschen Bürger sich in den nächsten 50 Jahren zum Libertarismus hinbewegen wird, sondern ich denke, es ist eher realistisch, dafür zu argumentieren, dass man sich selbst verwalten darf und hierfür eine eigene Verwaltungszone zu ermöglichen. Von dem her, ich denke, das Thema ist bei uns allgegenwärtig, und es lässt sich auch von unseren Prinzipien ableiten. Ja, und ich muss mich da tatsächlich korrigieren, wie Julian sagte, ihr habt diesen einen Satz unter freiwilliger Organisation, wir verteidigen in diesem Sinne das Recht auf Session von Gesellschaftsverträgen. Es kommt tatsächlich drin vor, habe ich dementsprechend übersehen. Sorry. Ja, ich würde gerne nochmal jetzt, wo das Stichwort gefallen ist, Sonderwirtschaftszone eingehen, nochmal auf den parlamentarischen Prozess, würde ich gerne noch ein bisschen drauf rumreiten, wenn ich darf. Und zwar, ihr hattet eben gesagt, dass euer Ziel ist, ja den Staat von seinem Umfang her zu reduzieren und von seinen Räume zu schaffen, sage ich mal, also sinngemäß Räume zu schaffen, in denen dann mehr Freiheit in Deutschland auch möglich ist. wie vereinbart ihr solche Ziele mit dem parlamentarischen Prozess? Also, wenn wir jetzt über das Beispiel Sonderwirtschaftszonen reden, Sonderwirtschaftszonen fallen ja nicht vom Himmel, sondern in der Bundesrepublik steht da ja ein sehr langwieriger, sehr teurer, sehr bürokratischer Gesetzgebungsprozess an erster Stelle und dann ein entsprechender Verwaltungsprozess. Würdet ihr sowas dann mittragen? Also würdet ihr Gesetzesinitiativen zum Beispiel einbringen, wenn ihr in einem Parlament sitzt? Wenn sie unseren Zwecken dienen? Warum nicht, ja? Aber eben nicht um aktives Recht zu schaffen, sondern im Endeffekt um begrenzendes Recht zu reduzieren. Genau, wir würden keine Gesetze sozusagen verabschieden oder mittragen, die darauf auf Zwang basieren. Also, wenn Sonderwirtschaftszonen dazu gedacht sind, ein höheres Maß an gesellschaftlicher Freiheit zu garantieren, dann schließt das auch die gesellschaftliche Freiheit ein, eine kommunistische Kommune zu schaffen, solange sie eben nicht auf dem Zwang beruht, dass man da drin leben muss. Also, wir als Libertäre, das ist ja immer die falsche Interpretation des Libertarismus, wir befürworten ja alle Lebensformen. Wir wollen bloß nicht darin gezwungen werden, in einem Bestimmten zu leben. Aber wir schaffen ja die Freiheit, dass auch Linke sagen können, wir möchten hier in Stadt XY, meinetwegen Berlin, obwohl Berlin ist ja schon eine kommunistische Kommune im Ganzen, aber wir möchten jetzt, wie so Christianer, wie man das Beispiel kennt, eine kommunistische Kommune machen. Wir würden dann ein Gesetz schaffen, was die anderen Gesetze, die jetzt das einschränken und nicht erlauben, die da einen riesenbürokratischen Überbau drüber machen, zurückfahren und sagen, es ist erlaubt, eine kommunistische Kommune in Berlin zu gründen und dann sozusagen nach diesen Spielregeln zu springen, wenn sie halt auf einer Vertragsbeziehung, beispielsweise auf einer Gymnossenschaft beruht und nicht auf Zwang und Gewalt. Also würdet ihr euch schon an dem demokratischen Prozess dahingehend beteiligen und auch dann staatliches Handeln nutzen, um staatliches Handeln in Zukunft, sage ich mal, zu verhindern oder den Handlungsradius einzuschränken. Ist das Bekämpfen von staatlicher Handlungsfähigkeit grundsätzlich ein Motiv? Also woran ich jetzt denke, gerade in der Anfangszeit im Bundestag hat die AfD davon Regengebrauch gemacht, das ist das Fluten von Ministerien mit kleinen Anfragen zum Beispiel. Man flutet Ministerien mit kleinen Anfragen, bis man die komplette Handlungsunfähigkeit der entsprechenden Behörde hergestellt hat. Wäre sowas auch in eurem Repertoire oder sagt ihr, dass es jetzt, ich sage mal, Kindergeburtstag, auf sowas haben wir keine Lust, da sind wir eher für die großen Federstriche zu haben? Das kann ich zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht sagen, das ist natürlich auch mit viel Aufwand verbunden und dafür brauchen wir entsprechend die Ressourcen. Also wenn wir wirklich so viele Ressourcen haben, dann lässt sich vielleicht auch, gibt es vielleicht auch andere kreative Methoden, schlechte staatliche oder im Endeffekt staatliche Prozesse zu stören oder zumindest zu verlangsamen. Es soll auch darum gehen, wenn man die amerikanischen Libertären heranzieht, wir wollen nicht als eine Art Spaß- oder Satire-Partei wahrgenommen werden. Ich stelle mir schon die Libertären vor, die im Parlament die Füße hoch legt und am Handy was zockt, anstatt da Gesetze zu verabschieden und immer wenn er die Hand hebt, sagt er nein. Irgendwas andere soll das Gesetz verhindern. Wenn wir so auftreten, werden uns auch die Menschen nicht vervollnehmen. Natürlich ist es unser Ziel, die staatliche Herrschaft, den Zwang und die Gewalt, die durch die Gesetze ausgeübt wird, auf die Menschen zurückzudrängen. Aber das sollte auf eine Weise funktionieren, dass die Menschen den Geist der Freiheit, den Gedanken der individuellen Freiheit als was Vernünftiges, als was Rationales, als was Unterstützenswertes und Seriöses und nicht, dass wir sozusagen ins Lächerliche ziehen. Das ist meine Meinung persönlich. Also ich möchte schon als Partei seriös auftreten, vor allen Dingen gegen Menschen, die im eher vermögenden Bereich sind, die uns gerne unterstützen möchten. Wir brauchen diese finanzielle Unterstützung, die Spenden, die Freibägen, um unseren Aktivismus aufzubauen, unsere inneren Organisation zu, ist klar. Und deshalb muss da eine gewisse Suriosität sein. Natürlich möchte ich auch gern, dass wir provokant rüberkommen, dass wir den Finger in die Wunde legen und dass wir nicht bieder rüberkommen, sondern dass wir uns trauen, die Sachen anzusprechen, die wirklich schlecht laufen. Aber es soll dann auf eine Weise geschehen, dass man uns auch ernst nimmt. Also ich möchte keine, es gibt ja die Partei unserer Tiereprojekte, die sind jetzt auch nach links ausgeschlagen oder waren schon immer links, aber sowas möchte ich dann auch nicht haben. Also wenn die Mittel, wie Florian schon sagt, die Mittel, die wir dann anwenden, wenn es sowas funktioniert, ja, war, dann soll es aber in dem Bereich sich bewegen, dass wir als ernsthaft wahrgenommen werden und nicht nur als Spaßpartei. Also nicht um einfach nur Leute zu ärgern, sondern um aktiv einer Begrenzung der Freiheit entgegenzugehen. Das finde ich nachvollziehbar, wobei ich vielleicht sagen würde, doch, das würde ich ihm schon, auch wenn es eine rote Socke ist, am Ende würde ich es ihm doch zugestehen, Martin Sonneborn hat glaube ich mehr für die Delegitimation der Europäischen Union und ihren Politikern getan, als irgendjemand sonst. Also ich glaube, dass das schon ein sehr scharfes Schwert ist, was man dann als Partei dann auch mit entsprechender Aufmerksamkeitsökonomie natürlich auch ausnutzen kann. Ja, zumal ich das als Stilmittel auch wirklich wunderbar finde, also ob jetzt Vermittsupreme in den USA oder Buckethead aus England, das trifft ja so ein bisschen den Nerv, genauso wie die Satirepartei, also die Partei, das damals geschafft hat, dadurch einfach Aufmerksamkeit zu kriegen und ja, die Absurdität des Ganzen auch nochmal darzulegen, weil im Grunde genommen ist das ja, wie wir Politik betrachten oder wie wir auf sie hinabblicken, es ist eine Clownshow und das wohl möglich mit einer Person, die sich irgendwie selbst kreiert und findet in sowas so als als ja, Side-Projekt zu betreuen, halte ich für keine unbedingt schlechte Idee. Also es gab jetzt Vermittsupreme eben bei der LP damals, jetzt beim letzten Wahlkampf und das ist der Herr, der immer allen Einhörnern verspricht und ja, ein Gesetz dafür will, dass alle sich die Zähne putzen müssen zum Beispiel. Aber er hat dadurch, dass er als Person polarisiert hat und man das irgendwie schon als Witz gesehen hat, aber trotzdem hat er Leute zu diesem Thema selbst gebracht. Die haben sich gefragt, wer ist das, wo ist der, wo findet der statt, was vertreten die eigentlich? Weil jeder weiß, dass was er da sagt, ist natürlich Blödsinn, aber er lenkt die Aufmerksamkeit damit ein Stück geplant. Da muss man sagen, das ist dann wahrscheinlich auch stilabhängig von der Person, die dort sitzt. Das kann doch auch sein, dass das solche scharfe Pointen sind, die auch mal etwas ins Lächerliche ziehen, aber es kann auch sein, dass das mit herzergreifenden Reden und Appellen an die Freiheit geschieht. Das ist dann stilabhängig. Also ich persönlich mag ja den Stil, habe den Stil von Nigel Farage immer sehr gemocht. Dieses wirklich kalt sarkastische, das ist das, was ich persönlich bevorzugebekommen. Natürlich würde ich mich nicht davor sperren, wenn solche Mittel, wie du so genannt hast, Maggie Petters Beispiel, funktionieren und die nötige Aufmerksamkeit schaffen, würde ich sagen, natürlich, go for it, organisiert euch, ich bin nicht der Typ für sowas, aber wenn andere das im Rahmen unserer Partei machen wollen, dann auf jeden Fall, ich möchte auch, dass unsere Partei auch Spaß macht, dass die Leute Spaß haben an der Arbeit darin, dass sie auch mal was Witziges machen und nicht immer, also den wiedereren Ernst, den möchte ich natürlich, falls das so rübergekommen ist, natürlich auch nicht haben. Es soll schon auch mal, da darf durchaus auch mal Sachen geben wie Straßenkundens oder mal so ein Impro-Treater, wo man mal die Politiker alle, ich sehe es ja genauso wie du, ich sehe auch die Politik, das sind Clowns, das sind Leute, die, sagen wir mal, für den freien Markt nichts taugen und deshalb in die Politik gegangen sind, das sieht man ja, da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Ich habe auch, das heißt, ich habe nicht Schwierigkeiten, diese Leute nicht ernst zu nehmen, ich nehme sie nicht ernst, das sind für mich keine Leute, die man ernst nehmen kann. Naja, soweit, dass sie eben schon ziemlich gute Betrüger sind, das muss man ihnen lassen, genau, aber die Person selbst müsste sich finden, also sowas kreiert man nicht, jemand muss einfach so sein und da Spaß dran haben, das könnte das Ganze schon ganz gut ausfüllen, gerade im deutschsprachigen Raum, glaube ich, würde das funktionieren, weil, ja, wir kommen ja von dieser Richtung als die Marktradikalen, wir sind als Shitposter groß geworden und das war offenbar der Nerv, der getroffen wurde, sonst wären wir sehr wahrscheinlich heute nicht hier und, aber auch wir haben uns dann nach dieser Geschichte mit der kommunistischen MFD eben für die Seriosität eher entschieden, ja, und das ist so ein schmaler Grad, den man gehen kann, der natürlich nicht einfach ist, aber ich denke rein aus der, aus der Menge der Möglichkeiten, die man da hat, sollte man das mal nicht ausschließen, zumindest. Also ihr seid ja jetzt noch eine sehr junge Partei, ihr seid jetzt zum 1.10. zugelassen worden, als Partei nach Prüfung durch den Bundeswahlleiter, vielleicht könntet ihr kurz, bitte? Darf ich kurz eingrätschen? Da muss ich sagen, wir sind, wir sind nicht zugelassen als Partei, sondern wir sind als gegründete Partei, als ordentlich gegründete Partei aufgenommen in den Katalog, als Partei werden wir erst dann anerkannt, wenn wir vor einer Wahl geprüft werden. Ah, okay, alles klar. Darauf ziehe ich eigentlich so ein bisschen ab in meiner nächsten Frage. Und zwar, was mir jetzt noch so ein bisschen undeutlich geworden ist, ist, wie breit seid ihr bis jetzt regional aufgestellt, also wo habt ihr schon, könnt ihr, also müsst ihr jetzt nicht im Detail beantworten, reicht auch so ein quantitativer Überblick vielleicht, wo habt ihr euch schon aufgestellt und wo seht ihr euch so in den nächsten Jahren? Was sind so die nächsten großen Projekte, die ihr angehen wollt? Worauf legt ihr jetzt in der nächsten Zeit als Partei, die frisch quasi gebacken wurde, worauf legt ihr den Fokus? Also wir sind derzeit noch sehr dezentral aufgestellt, sprich schon weit voneinander entfernt. Es gibt einige lokale Cluster, wie im Umkreis von München. Dort habe ich einen Stammtisch gegründet mit einigen Kollegen und das ist jetzt quasi die erste Anlaufstelle, wo auch in Persona Mitglieder angetroffen werden können und wir planen perspektivisch diese Stammtische und diese persönlichen Treffen deutschlandweit aufzubauen, entweder indem wir sie selbst gestalten oder indem wir uns anderen existierenden Treffen anschließen. Und hierzu wird es auch bald einen Stammtisch in Stuttgart geben oder im Großraum Stuttgart und ich denke, dass perspektivisch auch Anfang nächsten Jahres im Bereich Frankfurt, Berlin und Leipzig etwas zustande kommen wird. Ansonsten ist es davon abhängig, wie stark das Wachstum ist und wo sich die meisten Mitglieder sammeln werden. Ich könnte mir vorstellen, dass Bayern da die Nase auch mit voran haben wird und möchte natürlich dann auch unseren Stammtisch und die bayerischen Mitglieder dann auch zu einem Landesverband führen. Was die Zukunftsaussehung und die Perspektiven angeht, wir gehen da sehr strategisch rein. Das heißt, wir bauen zuerst unsere Strukturen auf, wir ziehen die Organisationsform ein. Wir haben jetzt erst mal angefangen mit Social Media, um uns dazu etablieren, das werden wir dann ausbauen, dann werden wir in den Print-Bereich reingehen, Print-Medien, werden auch mal auf der Straße was verteilen, das haben wir jetzt auf der Mises-Konferenz schon mal ausprobiert. Je mehr Mitglieder wir kriegen, desto mehr natürlich können wir Arbeitskraft verteilen, desto breiter können wir uns wiederum aufstellen. Wir werden versuchen, weiter Netzwerke zu bilden, Kooperationen zu bilden. Das haben wir jetzt schon ein bisschen so auch mit der Schweizer Libertären Party angeleiert. Das geht dann immer so schrittweise. Wir versuchen schon strategisch vorzugehen und uns die Ziele vorzugeben, die wir für ein Jahr haben oder für einen Monat. Versuchen dann auch mit den aktuellen Themen mitzugehen und die zu besetzen, wollen aber auch neue Themen für uns besetzen. Wir haben angefangen Positionspapiere zu schreiben. Wir machen jetzt erst mal die akuten Themen. Sobald die akuten Themen einigermaßen bedient sind, werden wir angefangen mit Grundsatzthemen. Dann werden wir auch weiter Marketing Strategien entwickeln. Wir haben jetzt neue Mitglieder gekriegt, die da sehr hinterher sind, auch in diesem Marketing, die auch fachkundig in dem Bereich sind, sich dazu etablieren und dann Strategien auszuarbeiten, wie man sozusagen libertäre Ideen, libertäre Themen und so weiter wirklich in die öffentlichen Debatten reinbringen kann. Und so wird das dann sukzessive weitergehen, wie mehr sich die Strukturen, die wir haben, ausbaulisten, wer können wir machen und so wird das dann immer fortgeschrieben. Und es wäre natürlich denkbar, dass wir vielleicht auch so wie es die Partei gemacht hat, für die Europawahl aufstellen lassen. Das wäre auch interessant. Da sind die Hürden glaube ich geringer. Ja, sind sie. Das heißt Europawahl, die übernächste Europawahl, nächste oder übernächste Europawahl, können die Endcaps euch das können sich dann frei entscheiden. Ja, wie gesagt, Wahlen sind ja auch ein gutes Mittel, um aktiv Propaganda zu betreiben. Also wie gesagt, in den Wahlzeitraum ist es Parteien, Parteien erlaubt, im Straßenraum zu plakatieren. Wir haben uns das schon notiert, bei der Wahl, also eine neue Gründung, die Partei hat sechs Jahre Zeit, bevor sie zu einer Wahl antreten darf, dass wir an die erste Wahl, die wir antreten, einfach mal den Straßenraum zu plakatieren mit libertären Geschichten. Ja, das wird sicherlich auch sehr spannend werden. Das ist ja das, was ich gemeint habe, als Partei hat man gewisse Vorteile, wenn man dieses System für sich nutzt. Und dann können wir durchaus mal ein Statement setzen. Und wie verhält sich das mit dem wir wollen Qualität statt Quantität bei den Mitgliedern? Weil ich habe schon den Eindruck, also dieses Straßenzüge zu plakatieren, das kenne ich ja aus meiner Umgebung, es gibt ja eine tiefdunkelrote Partei, die hier eine ziemliche Hochburg hat. Zu Wahlen kann man hier durchaus den Eindruck gewinnen, dass diese 0,001% Partei in Wirklichkeit mit 30% im Bundestag sitzt. So viele Plakate hängen die bei uns im Ort auf, aber nur hier im Ort. Dafür braucht man also auch entsprechend, ich sage mal in Anführungszeichen, Fußvolk. Was ist das Angebot, was ihr jetzt jemandem macht? Also ihr braucht schon, glaube ich, eine entsprechende Workforce, die euch dann auch in die Breite reinträgt. Oder hofft ihr darauf, dass die qualitativ durch irgendwelche Mechanismen, Recruiting-Prozesse ausgesiebten ideologischen Überzeugungstäter, ich sage mal, für fünf oder für zehn arbeiten? Ja, das ist ein guter Punkt. Wir haben auf jeden Fall immer Ressourcenknappheit, unter der wir zurechtkommen müssen. Wir werden sehen, inwieweit sich dann die aktiven Vollmitglieder füllen, die Ränge. Ich schätze einmal von dem, was ich aus anderen Parteien so kennengelernt habe, dass vielleicht zehn Prozent die wirklich aktiven Mitglieder sind und diese dann im Bereich der Vollmitglieder auch anzusiedeln sind. Und denen kann man ja nicht alles aufböden, das ist natürlich richtig, da müssen wir dann Wege finden, wie wir auch unsere Fördermitglieder aktivieren können, uns dabei zu unterstützen und vielleicht ja auch Externe mit anzuheuern und vielleicht auch nicht die, also unsere Kraft dann auch zu bündeln an Orten, wo es sinnvoll erscheint, dass wir nicht flächenstreuend zum Beispiel agieren, sondern uns auf einzelne Regionen fokussieren. Ja, womöglich hilft ja da einfach die Kinderarbeit nicht. Tja, warum nicht? Für ein paar Euro kann man auch mal jüngere Hilfskräfte anheuern, warum nicht? Ja, Florian, Julian, ihr habt uns einen guten Einblick gegeben, ich bin gespannt, ob ihr NCAPS überzeugen konntet, vielleicht Fördermitglieder zu werden oder wohlmöglich euch zu wählen. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass doch sehr viele aus unserem Kosmos fragen, wann kann man denn die MLPD wählen? vielleicht wird das dann irgendwann der Running Gag zur Libertären oder zu den Libertären, zu euch und ja, wünsche jetzt erstmal soweit viel Erfolg. Ihr könnt euch sicher sein, dass wenn wir etwas kritisch betrachten, wir das auch teilen werden. Da wisst ihr ja, dass wir da auch nicht gerade nun ja harmlos sind. Ich danke erstmal für das Gespräch. Ja, ich danke auch und ihr dürft mit Kritik als auch mit Lob natürlich dort, wo es angebracht ist, austeilen. Ja, ich bedanke mich natürlich auch und ich sage natürlich auch, nichts anderes würde ich von euch erwarten. Genau, auch die anderen Endcaps dürfen das sehr wahrscheinlich gerne tun, nicht nur die Marktradikalen exklusiv. Dann einen schönen Abend. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Dankeschön.